Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zum June 2000 und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, also jetzt gerade und haben hier den Hakonnen-Typen hier unten entscheidend geschwächt und ja, so da versucht er jetzt wieder was mit dem Luftangriff direkt. Ähm, boah Leute, kaum mache ich hier... Ernsthaft? Was war das denn jetzt? Leute, ähm, ja, wie gesagt, wir waren hier beim letzten Mal und haben den Gegner geschwächt ordentlich und ähm... Genau, was ist... Psst, das ist dreist, Freunde, wisst ihr was? Das ist dreist. Wenn der Gegner uns schon so großzügig seine Sammler herschickt, kann ich dem die doch auch mal klauen jetzt hier, so. So, das sind meine Sammler, Leute. So, ähm, ja, freut mich, dass ihr immer wieder dabei seid bei der letzten Mission der Ordos hier, Leute. Ähm, wir sind dabei, wieder unsere Armee hier aufzubauen. Und, ja. Gut, wir klauen jetzt dem Gegner hier nach und nach seine Sammler, wenn er die hier hinschickt. Fahrt doch nicht! So. Sehr schön. So, Leute. Wartet. Hahaha, seht ihr das? So. Dann hier. Genau. Immer schön die Sammler klauen hier, wenn er die hier hinschickt. So, gut. Dann, dann, dann Quad, Kampfpanzer und hier bestellen. So. Alles klar. Weiter geht's, Leute. Ja, ist mir egal. Oh, der will auf den Dings hier, okay. Was will der mit dem Schallpanzer da hinten? Schaut euch mal die ganzen Sammler an, ey. Heilige Scheiße, Leute. Aha, nein. Man trefft ihn doch. So. Los. Und. Was? Oh, das Radar. So, Leute, wisst ihr was? Ich mach jetzt mal hier kurz die Spielgeschwindigkeit wieder runter. So, Radar muss ich nachbauen, Leute. Hier ist mein Deviator. Der ist weg. Shit, Leute. Der ist einfach so weg. Ja, gut, dann. Gebt ihr dem mal den Rest da, ne? Dem Sammler. Bauen wir hier nach. Ein Kampfpanzer. Nein, der fährt weg. Ja, gut, okay. Dann lasse ich mal nicht da rausziehen. So, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir mal ein paar Sammler von dem Gegner mal weg hier. Ja, es geht wieder sauspannend los. Ja, genau. Ich muss meine Uhr noch anmachen. So, okay. Ja, letzte Mission, wie gesagt. Und wir kämpfen uns hier Schritt für Schritt durch. Und bauen wieder eine neue Armee auf. Und das würde ich sagen, speicher ich erstmal. Und die Spielgeschwindigkeit wieder hoch. So, das ist jetzt mittlerweile der fünfte Part der letzten Mission der Ordos, Freunde. Nebel, weißt du was? Mach den mal weg hier. Das ist doch so unverschämt. So, mach den scheiß Sammler mal weg. So, los. So. Mach den kaputt. Los. So, mach den weg. Ja, sehr gut. Quatsch sind ideale Sammlerjäger, Freunde. Ideale Sammlerjäger. So. Sehr schön. Gut. Dann einfach weiterbauen. Los. Einfach weiterbauen, Leute. Dann haben wir hier sogar zwei Raketenpanzer. Sehr schön. Jo, Leute. Von dem Hakon-Typ haben wir jetzt nichts mehr zu befürchten. Der hat hier nichts mehr. Dem haben wir schon mal den Zahn gezogen. Wow. Was macht ihr denn da, Mann? Noch drei Minuten. Genau deswegen steht das Ding noch da. Mensch. Weißt du was? Nehmen wir acht Quatsch. Mach den mal kaputt. Mein Gott. Ey. Das ist doch nicht wahr. Dann mach den mal kaputt, da. Das ist... Ja. Nein. Haben sie den. Sehr gut. Die haben den geschafft. Sehr gut. Dann kommt mal wieder zurück. Am besten per Flugzeug. Ja, ja. Ah, ne. Okay. Gut. Dann. Gut, Leute. Einfach weiterbauen. Einfach weiterbauen. So. So. Ein Moment. Was haben wir denn hier gerade? Ah, okay. Ja. Sorry, ich muss mal ganz kurz aufs Handy gucken. Ähm. Ja. Weiterbauen. Los. Weiterbauen. Wird repariert. Wird repariert. So. Alles klar. Muss ich mal sagen. Alter, hier. So. Zack. Dann ist der Herr Kondentyp jetzt endgültig dran gleich. In fünf Minuten. Einheit bereit. So. Ich glaube, jetzt haben wir Oberwasser in der Mission. Ja. Jetzt haben wir Oberwasser, Leute. So. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder angreifen. Aha. Was versucht er denn da? Einen hinterhältigen Fremenangriff. Ja, ja. Nein, nicht schon wieder. Wie oft denn? Verdammte Kacke. Ah, der trifft noch nicht mehr. Okay. Ja gut, dann reparier den halt. Gut. Dann würde ich mal sagen, Leute, haben wir jetzt hier unseren Angriff voll. Unseren nächsten. Und die Saboteure. Und dann würde ich sagen... Warten wir einmal den Angriff ab. Ich wollte gerade sagen, gehen wir dem Hakon-Typen mal den Rest. Aber ich glaube, das bringt mir nix. Warte mal, boah, mal große dicke Rohre hier. Pause. Genau. Oh, cool. Sehr schön. Ah, scheiß Raketentürme. Das sind Raketenpanzer. Mann, ey. So, dann zieht die da raus. Ey, das gibt's doch nicht. Dummer Raketenpanzer, ey, wirklich. Mein Sammler schon wieder? Achso, nee, okay. Alter. So. Zieh die mal hier rein, los. So, Leute. Ähm, dann kann der gerne kommen. Ist mir schnurzegal. Ach, du Scheiße. Leute. Das ist, weil die blöden Türme... Boah, ja, natürlich. Klar, Sadukas. Äh. Jetzt hör doch mal auf. Pff. Alter Schwede, ey. Das ist so krass hier. So. Gut. Unser Stützpunkt wird an die Kraft. So, haben wir's jetzt. Wir haben's. Sehr gut, Freunde. Sehr gut. Noch drei Minuten. Warum läuft die Uhr denn wieder nicht? Ah, doch jetzt. Jetzt. Kein Leid bereit. Alles klar. Noch zwei Minuten. Ein Moment. Noch eine Minute. So, Leute. Ja. So. Sehr gut. Dann haben wir hier gleich unsere fette Armee wieder zusammen. Sehr, sehr gut. So, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen... Jo. Können wir jetzt angreifen gehen, ne? Sehr schön. So. Los geht's, Leute. Oh, Mann. Jetzt kommt der schon wieder. Ich warte jetzt einfach ab, bis der aufhört hier. Aber der kommt zum Glück nicht so schlimm. Ne, ne. Ach, Leute. Ihr nervt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut. Leute, ey. Das ist doch nicht wahr. So. Meine Güte. Scheiß Sadukas, ey. Tss. Das ist so beknackt hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, da habe ich aber sogar einen Saboteur mehr. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr da drauf. Ich fahre einfach mal nach da unten. Los. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nichts. Sehr gut. Nichts ist kaputt. Gut. So, Leute. Jetzt geht es dem Hakon-Typen aber mal wirklich an den Kragen hier. Genau, mach den Scheiß da kaputt. Boah, die Mucke ist geil. Genau. So. Dann geht es mal weiter. Oh, die geile Angriffsmucke, Leute. Die geile Angriffsmucke. Gut. Dann würde ich mal sagen... Spiel speichern. Genießen wir das jetzt, ne? Wie wir den Hakon-Typ auseinander nehmen. So, richtig schön hier. Zack. Rein da. Rein hier. Los. Direkt auf den... Ah. Moment. Nein, 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 nein. Moment, Moment. Erstmal die Energie. Erstmal die Energie. Ganz wichtig, Leute. Erstmal auf die... Scheiß Energie hier. Ja, das ist mir im Moment relativ egal. So, weiter die Energie platt machen. Irgendwann funktionieren die nicht mehr. Irgendwann dürfen die nicht mehr funktionieren. Die Mucke, Leute. Mach doch die scheiß Energie weg. Warum funktionieren die so lange? Jetzt funktionieren sie nicht mehr. Sehr gut. Ah, schaut mal da. So, was haben wir hier oben? Nix. Sehr gut. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Warum funktionieren die wieder? Ach, die sind vom Dings, ne? Vom Imperator. Genau. Ah. Mach den kaputt, den Scheiß. So. Und einfach hier reinfahren. Und mal hier die Scheiße platt machen da. Genau. Das Ding da unten. Oh, Gottes Willen. Was machst du denn? Ah. Zu spät gesehen. Dieser scheiß Imperator hier. Jetzt mach ich mal zumindest mal diesen scheiß Ding hier unten platt. So. Gut. Dann geht's mal weiter. Alles klar. Gut. Lass doch mal die Sammler in Ruhe. Ich brauch sie los. Ja, okay. Ähm. Dann Raumhafen. 2, 2, 2. So. Weg da und weiter bauen direkt. So. Zack. Zack. Erkonnenpalast. Ja. Mach die scheiß Mänikenfabrik weg. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein, Leute. Und wo wird schon wieder ein Sammler von mir angegriffen? Da oben? Was ist das denn? Ah, super. Toll. Toll. Kann ich gleich ein paar Sammler bestellen, ey. Ach, Leute. Ihr seid doch bescheuert. Was macht ihr denn immer? Einheitsverlust. Einheitsverlust. Nur 3 Minuten. So. Das hier ist weg, Leute. Mein Gott. So. Hier ist nichts mehr jetzt. Einheitsverlust. Danach mach ich den Hakonpalast. So. Mein Gott. Leute. So. Auf den Hakonpalast hier drauf jetzt. Gut. Dann muss ich gleich eine... Eine ganze Ladung Sammler bestellen, ja. Gut, Leute. Wisst ihr was? Was? Wo kommt denn der Panzer schon wieder her? Mach mal den Dicken da weg. So. Und... Oh, um Gottes Willen. Der hat sein eigenes Mänikenflatt gemacht. Ja, sehr schön. So. Dann weich mal ein bisschen aus. So. Mach den Dicken jetzt weg. Los. So, Leute. Ich hab keinen Bock mehr auf diese scheiß Atomraketen. So, bestellen wir fünf Sammler. So. Weg damit. Mann. Und auf den Hakonpalast jetzt mal. So. Kein Bock mehr auf diese Scheiße. So. Weiterbauen. So. Die fünf Sammler sind auf dem Weg. Alles klar. Gut, Leute. Sehr gut. Hallo. Ich wollte schon sagen, ey. Jetzt sag nicht, dass die Scheiße hier wieder funktioniert, Leute. Was macht ihr denn? So. Oh, das war kaputt, ja? Dankeschön, Leute. Vielen Dank. So. Gut. Dann haben wir jetzt echt nur noch... Noch zwei Minuten. Diesen Stützpunkt. Einheit bereit. Und dann den Atreides-Typen. Mehr haben wir nicht. Sehr, sehr gut, Leute. Cool. Dann würde ich mal sagen... Jo. Warum bleibt meine Uhr nicht an? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, jetzt. Okay. Hm. Alles klar. So, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen... Jo. Dann wollen wir mal, ne? Alles klar. So, saboteurbereit. Dann fahr die halt platt hier. Ach, dann halt nicht. Der will mich nur abfacken hier. So. Ja, natürlich. Ey. Natürlich. Tss. Oh, Mann. Leute. So. So. Zack. Weg damit. Hm? Hm? Ich glaube, jetzt haben wir... Jetzt haben wir die Mission gewonnen, Leute. Wenn jetzt der Hakon-Typ platt ist, haben wir die Mission gewonnen. Weil der kann jetzt... Der hier nervt noch. Ja, ja. Der nervt noch mit seinen Scheiß-Salukas. Noch vier Minuten. Warum habe ich kein Geld? Ach. Hä? Warum habe ich jetzt kein Geld mehr? Was ist denn jetzt los? Noch drei Minuten. Äh. Einheit verlob. Ja, toll. Super. Gut. Ähm. Und warum... Ah, die haben ein paar Flugzeuge von mir weggeschossen. Deshalb. Ah, ich verstehe. Oh Gott. Ähm. Geh du mal bitte. Ja, wohin denn? Hier. Hier oben hin. Und dann die mal alle abholen, bitte. So, Leute. Gut, dann... Setzt sie doch nicht hier unten ab. Verdammt nochmal. Alter Schwede, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wie blöd muss man als Sammler sein? Wirklich. So. Hallo? Da kommt er, okay. Alter Schwede, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch wirklich nicht. Ja, der ist eh weg. Komm. Weil die zu dumm sind. Und immer die Sammler da unten hinschicken. Ist da was, Leute? Ihr beschützt den jetzt mal. Ihr beschützt jetzt mal meine Sammler hier. Kein Bock wieder, welche zu verlieren hier. Einheit verlobt. Verdammt nochmal. Ich hab kein Geld mehr, ja. Das ist doch bescheuert, ey. Wirklich. Das ist doch so bescheuert. Jetzt wird der auch weggeknallt. Ja, das ist... Das ist so bescheuert, Leute. Die Schallpanzer da weg. Los. Macht die Scheiße mal kaputt hier, ey. Boah. Verdammt nochmal, Leute. So. Das sind wieder jede Menge Sadukas. Äh. So. Dann fahr da einfach drüber, Mann. So. Das war jetzt zwar eigentlich mein Angriffstrupp, aber ich muss meine Sammler schützen, Leute. Ich brauch unbedingt hier die Kohle. Die nerven, ne? So. Ey, das gibt's nicht. Meine Güte, Leute. Meine Güte. Er wartet euer Befehl. Wer schießt da jetzt? Ach so. Okay. Ja. Mhm. So, dann brauch ich noch mal ein paar Flugzeuge, ne? So, zwei Stück. Gut. Meine Güte, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Boah. Meine ganzen Einheiten sind weg. Super toll, Leute. Aber wir haben den Hakon-Typ besiegt. Noch vier Minuten. So. Da hab ich mir nur noch zwei Angriffe zu befürchten hier. Erwarte neue Befehl. Gut, dann. Lasst euch mal reparieren. Ich stehe nicht. So. Ihr könnt auch manuell dahin fahren. Ja, ja. Noch drei Minuten. So, Leute. Gut. Bisschen durchatmen mal. Was war das denn schon wieder? Was war das denn schon wieder? Ich bin warte ein bisschen verwirrt. Nein. Dann noch mal. So, da kommt meine... Ey. Ernsthaft. Das ist dreist, Leute. Das ist richtig dreist. Was der da macht. So, der versucht es mit Freem. Soll er machen? Die werden hier direkt abgeknallt. Cha, cha. Ja. Batsch. Sehr gut, Leute. Alter, das... Luft am Delf. Wo schmeißt du den hin? Okay. Fall auf meine Geldreserven hier. Okay. Ah. Urrrr. Jetzt finde ich Energie. Gott. Leute. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Weiter geht's hier mal. Weiter bauen, ey. Na. Mann. So, stellt euch mal da oben hin. Ich brauche euch noch. Alles klar. So. Ja. Alles klar, Leute. So. Was denn schon wieder? Ach, hier. Ja. Mhm. Sehr, sehr gut, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ja, ich muss... Ich muss mich hier voll konzentrieren auf die Missionen. Ich glaube, wir werden die auch in diesem Part nicht fertig kriegen. Nee, nee. Wir brauchen noch einen sechsten Part dafür. Das ist so eine krasse Mission, Leute. Ähm, ja. Wir brauchen einfach viel... Die ganze Zeit Kohle. Aber die Kohle, die fließt ja, ne. Ist ja kein Problem. So, Raketenpanzer. So. Oh, Mann. Ey. Das ist so bescheuert. Mann. Immer diese Raketenpanzer. Wisst ihr was? Ich speichere das mal zwischen. Spiele nicht mal. So. Ah, Moment. Nee, der ist in die Range gegangen. Okay. Nicht auf die Manneken... Mensch, ihr dummen Türme, ey. So. Zack. Sehr gut. Puh. Okay. Das haben wir erledigt hier. Kein Sammlerstau, Mann. Fahr doch hier hin. Nein, nicht du. Und du auch nicht. So. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen... Ja. Bauen wir einfach mal weiter. Was zum... Ja, ist klar. Drei Sadukars. Egal, der haut den ab. Alles gut. Einheit verbreitet. So, da kommt mein Raketenpanzer. Sehr gut. Alles klar. Leute, Leute. So. Ich habe jetzt noch zwei Gegner. Ähm. Hm. Ich glaube, ich mache das so. Ich werde den Gegnern erstmal die Zähne ziehen. Und, ähm... Boah. Leute, nein. Nehmt. Nehmt. Nehmt den ab. Warum holt den keiner ab? Spice-Sammler wird angegriffen. Warum holt den keiner ab, Mann? Ja, dann fahr halt in die Ecke. Und... Keine Ahnung. Hol den jetzt ab. Schneller. Und die bringen die wieder hier runter. Wie blöd muss man denn sein, Leute? Wie blöd muss man sein? Das ist doch echt nicht mehr feierlich hier. Die bringen die wieder hier runter, Mann. Spice-Sammler wird angegriffen. Direkt wieder mitnehmen. Direkt wieder mitnehmen, Leute. Und hier oben hin. Los. Ja, das ist okay. Der auch, ne? Ah, ne. So, aber Moment mal. Ich baue mal... Ah, ne. Deviator bringt hier nix, Leute. Ein Deviator bringt hier nichts. So, der will mich nämlich wieder nerven hier. Ich merke das schon. Der will mich wieder nerven. Der bringt die Sammler wieder da runter. Das ist so dumm. Das ist so blöd. Aber ja, gut. Was will man machen? So, zack, zack, zack. So. Sehr gut, Leute. Fahr die mal kaputt. Die scheiß Wüstentruppen. Fahr die mal kaputt. Ja. Der will mich nämlich wieder nerven hier. So. Alles klar, Leute. Wieder kein... Äh. Was macht der denn? Warum fährt der denn nicht hier hin? Sehr wohl. Er steht nicht. So. Macht der Raketenpanzer da jetzt? Ja, gut, okay. Und den Kampf gewinnen wir. So, Saboteur. Boah, ich muss unbedingt diesen Imperator hier töten. Unbedingt, Freunde. So, einfach bauen, bauen, bauen jetzt die ganze Zeit hier. So. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist was, ich sage es euch. Ah, okay. Sehr gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... Haben wir es ja gleich wieder, ne? Geschafft hier. Mit der Einheitenproduktion. Boah. Zwei Schallpanzer, Leute. Das tut weh. Das tut weh. Vor allem, wenn man jetzt kein Geld mehr hat zum Reparieren. Den kriegst du aber, ne? Ja, sehr gut. Okay. Okay. Alles klar. Wie viel Kohle die Gegner ausgeben, ne? Das ist unglaublich. Der kommt schon wieder, okay. Aber zumindest ist der Harkonnen-Typ jetzt erstmal weg. Ha, sehr gut, ja. Das ist gut. So, Freunde. Dann, Kampfpanzer. Alles klar, dann können wir gleich auch schon wieder angreifen gehen. Wobei ich bezweifle, dass das ausreicht. Ne, ne, das reicht nicht. Oh, weißt du was? Bring den doch nach Hause hier. So. Ja. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Alles klar. Sehr, sehr cool. Lieferung in fünf Minuten. Oh, kein Geld. Na, super. So. Leute. Das ist eine Mission. Nicht schlecht, aber wir haben zumindest hier jetzt mal diesen Imperator gekillt. Diesen Harkonnen-Gegner gekillt. Es kommen jetzt wirklich nur noch imperialistische und atreidische Angriffe, ne? Natürlich. Klar. Die dicken Rohre hier, hey. So. Puh. Pau. 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 Du musst die Saboteure irgendwie einsetzen. Das ist ja das, ne? Die Saboteure, Freunde. Die muss ich irgendwie geschickt einsetzen. So. Das ist egal hier. Die kriegen die Türme auch so platt. So. Ich glaube... Ja, nee. Der Part ist auch gleich wieder rum, Freunde. Oh, Leute. Nein. Jetzt lasst doch meine Kacksammler in Ruhe. Schneller, Mann, du bist Flugzeug. So. Hohohoho. Oh, nein. Nicht auf meine Belagerungswaffen. Boah. Schieß den ab. Ach, gut sein. Was schießt denn hier jetzt wieder die... Hallo? Ach, der. Okay. Ja, gut. Nee, der ist okay. Gut, dann wären wir die Sache jetzt nochmal ab hier. Boah, ich muss mich so konzentrieren, Leute. Das ist unglaublich. Ja, gut, dann... Hier kommt mal zwei Quatsch her. Zwei Raketenpanzer. So, Leute. Das reicht doch jetzt mal langsam. Das ist doch nicht wahr, ey. Zwei Sammler in Ruhe. Oh. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah. Verdammt nochmal. Gut, dann. Erwarte noch jetzt hier. Noch vier Minuten. Ach, den scheiß Raketenpanzer weg, ey. Der nervt. Aber wirklich. Zwei Sammler in Ruhe. Der Stützpunkt wird angegriffen. Wir sind's bereit. Ah, okay, nee. Alles klar, Freunde. Würde ich mal sagen, brauche ich jetzt hier noch die Sachen. Speicher. Und, ähm... Ja. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, Freunde. Sehen wir in der nächsten Folge. Ja, logisch, klar. Ähm, ja. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Danke für euer Interesse. Und, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne. Tschö, tschö.